Herzlich Willkommen, hier ist die Rechnungsfolger hier auf dem Arsch. Flügelungsweit fertig, noch nicht ganz sauber, aber wahrscheinlich die Breite sind grobs hingestellt. Gut, lassen wir jetzt so stehen. Wir fahren mal zurück zum Hof. Wir müssen die Sämaschine klar machen. Wir haben jetzt Mitte Herbst. Kurz schaue auf die Karte, was wir schon ausgedeckt haben. Wir haben im Prinzip die Erste zweimal. Wir haben Raps zweimal. Weizen haben wir auch zweimal. Ich werde jetzt Weizen aussehen, also diese kleinen Felder Weizen. Da ist ich fertig. Da habe ich eine hell verarbeitet. Das werden wir gleich mal korrigieren. Und zwar kommt Weizen rein. Auf einen solchen Fall mal Weizen und dann gehen wir weiter. 4 und 6, da wollte ich im Frühjahr Hopfen aussehen. Vielleicht geht auch jetzt noch auszusehen. Mal sehen. Schau mal. Wir überziehen und planen gucken, ob das jetzt noch geht. Beziehungsweise, da kommt ja ein neuer Geo-Mod zum Winter. Lass ich noch die Finger machen. So. Ab hier hilft, macht der Helfer. Ach so. Wunder mit dir. Der mag er nicht so. Okay, lass mal arbeiten. Noch nicht anschauen. Hier war die Brauerei. So, Flug. Wie werden wir das zu Feld 4 fahren? Ich probiere mal Verband Pflügen, ne? Ob das hier auch klappt. Wie in Thüringen. Da brauchen wir mindestens zwei, drei Fahrzeuge. Wenn wir auf, ja. Laut Beschreibung ist ja 4,15. Das ist so groß. Wenn wir kleiner machen, vielleicht vier Meter oder so. Ja. An der Richtung Feld 4. Dann machen wir das jetzt ab. Äh. Ja. Ne, 4 nicht. Doch, 4 schon. Da kann er reinmachen, ne? Wir werden den Großen, er wird nacharbeiten. Die beiden Ställe werden noch verkauft. So. So. Der Arm ist auch beschäftigt. Auch fährt in Euro 18, glaube ich. Zum Pflügen. Und gleich mal die BGH aktiv aktivieren. Ich bitte sie an, können wir eh vorbeifahren gleich. So. Mal die Silage loswerden. Die Silagen verkaufen. Ich werde da wahrscheinlich anderes hinstellen. Fabriken. Das ist die bequeme Sorte. Okay. So. Mal die Silage loswerden. Mal die Silagen. Mal die Silagen. Das ist ja immer nicht viel Mais haben. So. Wie gesagt, ein Fälle wollen wir immer betreiben, die anderen so kurz. Wir fahren nochmal Richtung Feld in Euro 4. Mal so im Frühjahr aufbauen, dass wir nächstes Jahr ein bisschen Mais machen sollten. Dass wir hier dann anderweitig halt machen, ne? Hat ein bisschen dauert, dann muss ich glaube ich noch. Ich habe ja nicht so eilig. Der andere wird da oben sein, ne? Wir werden mal hier vorne rauffahren. Und da hinfahren, wo der andere steht. Und wo ist er überhaupt? Schau mal, wo er versteckt hat. Hier ist so ein Dunst. Da nicht. Malzfabrik. Oder fährt der Anne so eine große Runde. Wir gehen mal hier vorne. Wenn Anne da ist. Malzfabrik. Weizengerst ist alle. Schweinefutter. 50.000. Malz. Also der muss bald reichen normalerweise. So. Wo ist er? Schau mal. So. Ja. Weil die Kurse hier durchgehen. Äh. Von heute, gell? Und nun ist das hier. Na ja. He. Ungünstig, ne? hatte ich aber vorher nicht so einen plan gehabt nicht verkehrt gefahren ist ja noch nicht geflügt nächstes jahr wird kein großer mais geplant also hopfen soll hier rauf im Frühjahr ganz vorsichtig ich bin gespannt wie das hier klappt mit verband zwei fahrzeuge mehr haben wir ja nicht der andere schlicht noch auf 18 braucht er noch lange? oder braucht lange? gut dann machen wir hier beginnen so aussteigen fangen wir vorne an mit links so c also feldmodus richtig kursgenerierung zwei fahrzeuge die gehen wir auf vier meter runter man kann es kurz ausschlappen man kann es kurz ausschlappen so ungefähr breite erkennen mal sehen also kursgenerierung ach jetzt hat er vier dreißig wir gehen auch vier zwanzig runter so vorgewendet ja das ist jetzt bei Flügen ist das so in die fünften nehme oder sechs habe ich zwölf zusammengesehen müsste reichen normalerweise so zwei weich bleibt so kursgenerierung alleine fliegen würde ich sagen ok zwölf oder zehn den machen wir so dauern Augenblick das muss man im Feld aktivieren dann fahr ich das nicht hoch muss ich kurz rechnen so müsste an die reichen normalerweise so du bist jetzt links das machen wir auf null auf Strich 4,2 Arbeitsmodus kopieren 38 Meter müsste er sein ist er auch so erster Wegpunkt ja rechts passt dann machen wir auf null so jetzt ach das kann natürlich sein dass sie überall versetzt waren naja gut ok so müsste passen aktiviert passt das kann natürlich sein dadurch überall diese Stringlinge ist das kommt aber jetzt vom Dings her vom Strohsammel oder vom Ballenpress so er warnt aktiviert sonst gibt es Unfälle und ich bin ja ganz gespannt ob er das jetzt auch hinkriegt ob er nicht hier spinnt so so das soll ich jetzt sehen dann müsste ich jetzt nehmen Pfeil rechts anfangen die Richtung Tach schon mal ja das sieht gut aus wie lange brauchen die dafür 0,0 2 Stunden also die ganzen Aufnahmezellen dann wenn wir den Kurs speichern äh Feld 4 flügen 2 Fahrzeuge 4,2 m 4,2 das ist für mich später mal wenn ich doch mal länger Zeit also speichern und wieder beginnen will dann ist es gut wenn ich gespeichert habe dass ich ihn eigentlich mal suchen muss gut gut 4 Stunden äh 2 Stunden ja das geht so in der Ecken das man normaler bisschen bleibt einen größeren Flug geht leider nicht da sind Faktoren zu schwach ich bin ein armer Schlocker ich hab noch gar nichts leisten wir können ein bisschen arbeiten geht so den fahren wir zurück und den klappen wir ein dann muss hier auch noch gepflückt werden das ist ja der Traktor hier auffällt Nummer 18 so machen wir die innen sieht das sieht ein bisschen besser aus dann müssen wir ein eye-tracking feil machen mit dem Mikrofon ne die Fahrzeuge müssen alle gewaschen werden die Drescher repariert sonst ist das irgendwann ein Problem ne mein gut ich kann auch im Winter waschen ne das machen wir im Winter das muss jetzt nicht sein das muss jetzt nicht sein jetzt haben wir 17 Uhr oder halb 6 Uhr ins Spiel da ist ja noch eine Weile hell wir müssen ja sehen dass hier auffällt Nummer eins die Aussage beginnen mit Weizen ne das ist jetzt ne ganz wichtig das ist schön gefedert ne das ist schön gefedert ne ja die Produktion läuft das läuft ist der Schlachthof und äh die Brauerei die läuft sie jetzt vor der Kanne ich glaub die Malz reicht glaub ich aus ok schluck auf auf geht's auf geht's Version 2.0 mal reinkommen im Markt gehen das ist ja die Version 2.0 und da hat es ja wieder einige Änderungen gegeben ne Twitch na da kann doch nicht sein ich hab ja mal abonniert hier über äh Amazon das ist das dauert auch ne Weile kenn ihr alle gar nicht das kann ich ja auch da ist ja ganz oben da ist ja ganz oben so dort alles schön ne alles schön ne da oben sind die ganz alten da oben sind die ganz alten jo so endlich dabei na gut fahren weiter ihr könnt ja Stadtbild machen ne zur Note so zum Hof und dann jo Aussaat Weizen guck ob ich einen Dings da hab einen Taktornverein den Machiner steht schon bereit beim Dünger ne mhm mhm traktor kann schon da hin der ist schon da mhm chaktor kann schon nehmen der ist schon da mhm mhm sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reitschauen und sage mal tschüss tschau tschau bis zum nächsten Mal tschüss